Ja, also wenn man ein Kohlkohle so trinkt, zum Beispiel einen Bauch, wenn ich dicker werden möchte, der wird dann wieder weg, ein Gesundheitsbuch, wenn man da mal krank ist und so ein Auto und ERIKA! Das ist gar nicht gut. Ja, dann habe ich gesagt, weißt du, ein amerikanisches Auto und ein japanisches Auto. Die gleichen Masse. Also das ist... Manche, so der Werkzeugkoffer, das ist auch ein bisschen... Nein, das hat man aber so schnell ausgebaut. Das könnte man... Das könnte man auch nicht loslaufen. Aber leider. Wir haben uns gesagt, dass... Ich glaube, ich bin aber noch für sechs. Aber Sie sehen also kein Betrug. Alles. Alles wahr. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Nein? Nein. Dann schauen Sie mal in den Feldbach. Nein. Herr Dufti, also das ist nur die Kinder, oder? Damit nach was von saßlos ist, ist das ist. Ja. Das ist so ein Schapernaum. Nein, das ist wie die Kindergarten. Das ist das nächste. Ah, das ist ja echt geil! Ich kann mich immer im Wochenende sparen, wenn ich es mit meinem Topf kapriert. Das ist wirklich, das ist echt geil! Ich denke mal, ich gehe jetzt hier, da gibt es ja persönliche Geschmack, und ich denke, dass ich mich da jetzt befreit. Ich kann es nicht auch machen, wenn ich mich so ein Bier setzen, der ist super neben der Stehse, oder? Aber, das ist einfach... Ach! Das steht Pazit, das habe ich dir. So, ich komme ja, ich komme noch mal. Das ist schon so gut, wie du dich auskommst bist. Du bist so gut, du bist so gut. Du bist so gut, du bist so gut. Hey! Es ist so gut, du bist so gut. Ich glaube, du bist so gut, du bist so gut. Vielen Dank.